Willkommen zurück hier bei Doom. Was sind das für Geräusche? Nö. Irgendwie werden die nur lauter, wenn ich hier anlaufe. Oh! Ist das ein Spinner? Ja, jetzt ist die Frage. Mehr Munition? Ja, komm! Geh fort! Ja, okay. So viel mehr war es jetzt nicht, aber... Ja. Black. Ne, Hallen brauche ich nicht. Was soll ich denn jetzt sein? Komm ich da irgendwie oben rauf? Der ganze groß bin ich dann doch nicht. Nein. Äh... Nöö. Ich höre das ja auch nicht fest. Okay, hier komm ich rauf, was mir so jetzt eigentlich nicht wirklich was bringt. Und... Komm ich hier rauf? Äh, jetzt bin ich hier, komm ich hier rauf? Jawoll! Äh... Ah! Dann... Jetzt dachte ich eigentlich, es geht da oben irgendwie weiter. ... Ach, jetzt hält er sich auch fest. Okay. Okay, war doch richtig hier. Äh... Ah! Hör auf! Äh... Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Was du da zerstörst, ist wertvoller als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Hör auf! ... Nilos! Ah! ... ... ... ... ... ... ... Oder hast du, oder was? Na toll, Munition brauche ich jetzt auf keinen Fall. Die ist voll. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Das ist ja interessant. Joa. Ja, Munition brauche ich jetzt eher weniger. Die ist noch so weit full. Was ist da drüben los? Oh, hi. Ja, Munition habe ich noch. Äh, was haben wir denn da schon hin? Nein. Nein. Ja. Äh, Gefahrenschutz. Nein, das nicht. Äh, was haben wir denn da? Joa. Joa, das ist jetzt ein bisschen kaputt hier. Äh, jetzt gehen wir noch mal nach hier drüben. Dämonischer Vorstoß, Effekt. Na super. Und, hüp. Ja, dann wollen wir doch mal den Spinnern hier ein bisschen einheizen. Sag mal. Oh. Ach so. Munition ist leer. Wow. Was war das denn? Oh. Hass. Wie es wäre möglich, ist hier... Nehmen wir da, sich blitzschnell zu bewegen. Okay. Ja, komm schon. Ey. Was war das denn? Hallo. So was. Ist das denn jetzt irgendwo ein Gegner? Das kam ja noch nicht die Ansage. Dämonische Präsenz, äh... Gedingens. Was? Nee. Da muss ich noch nicht hin. Äh... Ah. Keinen Fall kaputt machen. Achtung. Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht. Sehr schön. Ja, rüßt uns doch mal ein bisschen hier auf. Oh, sehr schön. Was? Was? Was bist du denn? Was? 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 Hä? Soll ich jetzt hin? Ich da jetzt so ein Spinner. Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Golden Integrity ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Was? Was darf ich nicht tun? Hä? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt von mir wollte. So was? Rennen da jemand. Oh, was haben wir denn da Schönes? Oh, so easy. Ach so, geht das kaputt? Ach so. Ach, na klar. Okay. 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 Ja, noch so einer. Oh, komm mal ran. Oh, bringt noch nichts. Ah. Piu, piu. Na, komm schon. Ich glaube, würde ich die Gegner öfters treffen, wäre es ein bisschen einfacher, das Spiel. So, haben wir das. Äh. Wo müssen wir hin? Hier richtig? Hm. Na ja. Unangenehm. War ich das schon mal? Ach, hier bin ich jetzt. Ah. Es ist ja noch, da drüben soll ich hin. Moment. 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 Hier war doch auch so ein heil Ding. Ach, das geht nur einmal. Frech halt. Huch. Oh ne, ich glaube, er hat mich verlaufen. Oh ne, ich glaube, er hat mich verlaufen. Oh ne, ich glaube, er hat mich verlaufen. Das ist ja jetzt bloß. Ah. Ja. Oh, hi. Ja, klar. Äh. Komm her, ihr. Oh, shit. Wenig Gesundheit. Das ist nicht ganz so gut. Oh, shit. Ich hab noch 7 HP. Ernsthaft. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. Das war jetzt wirklich ein bisschen knapper, als ich das gerne hätte. Jo. Hallo. Keiner da. Hm. Okay, okay. Äh. Ich will auch nicht noch weg, hör. Okay. Hey. Oh. Oh, hi. Na, du. Ein Lärm hier. Höp! Wirklich viel weiter hat mich das jetzt auch nicht gebracht. Das ist jetzt ein Geräusch. Oh, aber das... Äh, äh, äh... Ah ja, da wachsen Pflanzen. Oh, hi! Na du? Äh, was haben wir denn noch Schönes? Aha. Hm. Hm. Vielleicht soll ich eher nochmal in die Richtung gehen. Äh, 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 äh... Ah. Ah. Oh. ist natürlich sehr cool, aber das war es halt schon für heute. Dann sage ich erstmal vielen Dank für's dabei sein, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Doom. Ciao!